RFID, das steht für Radio Frequency Identification, also auf Deutsch Funkerkennung. Aber was genau bedeutet das? Ganz einfach, mit RFID-Technologie werden Daten über magnetische Funkwellen von einem Gerät zu einem anderen übertragen, ganz ohne Berührung. In der Feuerwehr ist eine effiziente und zuverlässige Inventarisierung der Ausrüstung entscheidend, besonders bei Feuerlöschleucht. Diese müssen regelmäßig auf ihre Qualität und Funktionsfähigkeit geprüft werden. Die manuelle Prüfung und Dokumentation ist zeitintensiv und fehleranfällig. Ein Fehler bei der Wartung kann im Einsatz fatale Folgen haben. Hier kommt dann RFID ins Spiel. Die Lösung SmartFit und SmartProtect. Beide Einbindesysteme haben eine integrierte RFID-Technologie. Unser SmartProtect Einbindesystem ermöglicht eine Inventarisierung der gesamten Fahrzeugausrüstung. Jeder Schlauch erhält zwei RFID-Tags jeweils an einer Manschette gegenüberliegend. Daher erhält das Lesegerät immer ein konkretes und stabiles Signal, unabhängig davon, wie der Schlauch positioniert ist. Die SmartProtect-Manschetten besitzen einen hervorragenden Kantengleiteffekt und schützen den Drahteinwand. Beide Protect-Manschetten sind mit RFID-Technologie ausgerüstet. Das SmartFit Einbindesystem ist eine innovative Lösung, die den traditionellen Drahteinwand des Schlauchers ersetzt. Es sorgt für einen sicheren Halt ganz ohne Draht und zusätzliche Komponenten. SmartFit besitzt ebenso einen hervorragenden Kantengleiteffekt. Beide Kerngleitringe sind mit RFID-Tags ausgestattet und werden mithilfe nur eines Imbusschlüssels montiert. Dadurch ist an Ort und Einsatzstelle eine superschnelle und einfache Montage möglich. Durch die Integration von RFID in das SmartFit Einbindesystem lässt sich der Schlauch mühelos verwalten und dokumentieren. Alles in nur einem Schritt. Das SmartFit- und SmartProtect Einbindesystem mit RFID sorgt für eine sichere Handhabung und präzise Verwaltung des Schlauchs. Die RFID-Tags sorgen dafür, dass alle relevanten Daten synchron erfasst und dokumentiert werden. So lassen sich Fahrtschwungen, Reinigungen und Prüfungen jederzeit nachvollziehen. Schnell, sicher und ohne Fehler. Das bietet eine enorme Zeitersparnis. SmartFit und SmartProtect einen Schritt voraus für die Sicherheit der Feuerwehr und die Qualität der Ausrüstung.